Das ist BMWs neuester Sommerspaß in der automobilen Oberklasse, das 6er Cabrio. Die Optik wirkt jetzt filigraner, schlanker als beim Vorgänger. Und endlich vorbei, die Zeiten klobigen Kofferraumdeckels mit Höcker. Trotz feinerer Optik ist der neue größer geworden. Rund 7 cm länger und knapp 4 cm breiter steht der 6er nun da. Zum Serienstart am 26. März gibt es zwei Motoren. Natürlich mit mehr Leistung und, Sie ahnen es, weniger Verbrauch. Zum einen den schon im 5er und 7er verbauten 8-Zylinder mit 4,4 Litern Hubraum und 407 PS. Die Alternative? Ein 3-Liter-Doppelturbo-Reihen-6-Zylinder mit 320 PS. Der 8-Zylinder knackt die 100 kmh-Marke nach 5 Sekunden. Der 6-Zylinder braucht 0,7 Sekunden länger. Übrigens sind diese Beschleunigungswerte leicht machbar. Dank serienmäßiger 8-Gang-Sportautomatik reicht beherztes Gaspedal bis zum Bodenblech durchtreten. Beide Autos sind elektronisch bei 250 kmh abgeregelt. Wer die Power gerne auf kurvigen Sträßchen ausreizen will, sollte sich für 2.000 Euro die Integral-Aktivlenkung gönnen. Der BMW hat damit eine optionale Allradlenkung, sprich die Räder an der Hinterachse lenken mit. Ergebnis? Mehr Dynamik am Kurven-Ein- und Ausgang. Dazu passend die jetzt deutlich steifere Karosserie. Dem kommt natürlich zugute die Torsionssteifigkeit, die in diesem Fahrzeug um 50% gegenüber dem Vorgänger verbessert wurde. Also Sie merken das sofort, wenn Sie in einem Carbibus sitzen und sich zum Beispiel den Spiegel mal betrachten. Der Spiegel zittert nicht, der ist feste, das Lenkrad sitzt sehr robust. Und Sie haben einfach das Gefühl, auch wenn Sie mal über eine unebene Straße fahren, dass das Fahrzeug perfekt auf der Straße liegt. Schön finden wir, dass der Sechser, wie schon sein Vorgänger, ein klassisches Stoffdach hat. Das lässt sich bei bis zu 40 kmh öffnen oder schließen. Selbst mit geschlossenem Verdeck passt die Figur. Wir haben im Vorbereich Platz für zwei Passagiere und einen sehr gut nutzbaren Kofferraum mit 350 Litern bei geschlossenem Verdeck, wo auch zusätzlich zwei Golfbags noch hineinpassen. Das Cockpit, wie immer bei BMW, dezent zum Fahrer hingerichtet. Bemerkenswert ist die Gestaltung des Beifahrerplatzes. Eine Art Reling, die sich von der Armauflage bis zur Mittelkonsole hochschwingt, sorgt hier für klare Abgrenzung zum Fahrer. Das BMW-Navigationssystem mit dem neuen freistehenden 10,2 Zoll Farbbildschirm gibt es für 3050 Euro Aufpreis. Mit Telematikdiensten, automatischer Notruffunktion und Internetanschluss sind 3820 Euro extra fällig. Etwas schade, aber wohl als Zugeständnis an Sicherheit und Verwindungssteifigkeit unvermeidbar, die recht dicke A-Säule. Das hat zu tun mit Steifigkeit, vor allem mit den integrierten Airbags, aber formal braucht das Auto auch eine Stabilität an der A-Säule. Also wir kommen mit den Flächen natürlich von der A-Säule an und wir kriegen einen Fluss von diesem Band Richtung A-Säule. Diese formale Stabilität braucht man für so ein großes Auto. Allerdings, das Vergnügen wird wohl eher gut stituierten Autofahrern vorbehalten bleiben. Der Einstiegspreis für das bayerische Edel-Cabrio fängt bei 83.300 Euro beim Sechszylinder an. Der Achtzylinder startet nicht unter 94.300. Wer das Auto dann mit Extras vollstopft, landet leicht bei 100.000 und mehr. Ein Kassenschlager war der Sechser bisher bei uns nicht. Ob der Neue das Zeug zum größeren Fisch im automobilen Ozean hat, wird sich ab Ende März zeigen.